Die Autophagie ist ein grundlegender Selbstreinigungsmechanismus unserer Körperzellen. Dabei werden beschädigte und funktionslos gewordene Zellbestandteile, wie fehlgefaltete Proteine oder sogar ganze Zellorganellen, abgebaut und anschließend zur Energiegewinnung oder für den Aufbau neuer Zellbestandteile wiederverwertet. So verhindert unser Körper, dass sich unkontrolliert immer mehr nutzlose und sogar potenziell schädliche Bestandteile anhäufen und stellt sicher, dass die Zellen funktionsfähig bleiben. Die Autophagie ist zwar auf einem geringen Level kontinuierlich aktiv, kommt aber erst in Stresssituationen wie ein Nahrungsmangel oder Sauerstoffmangel richtig in Schwung. Weil wir diesen Stressfaktoren durch unseren heutigen Lebensstil immer seltener ausgesetzt sind, ist die Autophagie bei immer mehr Menschen fehlreguliert. Dazu kommt, dass die Autophagie im Rahmen des Alterungsprozesses sowieso immer weiter zurückgeht. Der Faktor, der die Autophagie am stärksten aktiviert und am besten wissenschaftlich belegt ist, ist das Fasten. In den Fokus der Wissenschaftler gerät nun aber immer mehr eine Substanz, die sich ebenfalls als Autophagie-Ausglöser erwiesen hat, indem sie die Effekte des Fastens nachahmt. Dabei handelt es sich um das natürliche Polyamin Spermidin. Das Interessante dabei ist, dass Spermidin in einer ganzen Reihe von Lebensmitteln vorkommt und man damit möglicherweise einen Weg gefunden hat, um den Fasteneffekt ganz ohne Hunger zu erreichen und somit eine ebenso lebensverlängernde Wirkung zu erzielen. Deshalb schauen wir uns heute mal an, um was für eine Substanz es sich bei Spermidin überhaupt handelt, wie Spermidin genau wirkt und welche Lebensmittel besonders reich an Spermidin sind. Auch wenn die meisten noch nicht von Spermidin gehört haben, handelt es sich um eine natürliche Substanz, die in allen lebenden Organismen vorkommt. Die höchste Konzentration findet man in der Samenflüssigkeit verschiedener Säugetiere, so auch im menschlichen Sperma. Daher hat Spermidin übrigens auch seinen Namen. Man geht davon aus, dass es in der Samenflüssigkeit so hoch konzentriert ist, weil es das Erbmaterial in den Spermien schützt und so die Zeugung gesunder Nachkommen sicherstellt. Die Arterhaltung bzw. Fortpflanzung hat evolutionär gesehen schließlich die höchste Priorität für den Organismus. Spermidin kommt aber auch in geringer Konzentration in jeder anderen Körperzelle vor. Es gelangt auf drei Wegen in unseren Körper. Es wird von unseren Zellen selbst gebildet, wobei die körpereigene Produktion mit dem Alter immer weiter abnimmt. Es wird von Mikroorganismen in unserem Darm produziert und zu einem gewissen Teil eben auch über Spermidin-haltige Nahrungsmittel zugeführt. Spermidin gehört zur Gruppe der natürlichen Polyamine, zu denen auch Spermin und Putristin zählen. Die physiologische Funktion dieser Polyamine ist noch nicht vollständig geklärt. Es gibt aber Anhaltspunkte dafür, dass diese Substanzen wichtig für eine Vielzahl zellulärer Prozesse sind, besonders für das Zellwachstum und die Proteinsynthese. Wie ist man aber darauf gekommen, Spermidin in Hinblick auf das Potenzial als Autophagieauslöser bzw. Langlebigkeitsfaktor zu untersuchen? Das ist relativ simpel. Man wusste bereits, dass es eine Korrelation zwischen dem Rückgang der körpereigenen Polyaminproduktion und der Alterung gibt. In Hinblick auf eine mögliche Kausalität gab es aber noch keine Untersuchung. Das wollte man nachholen, indem man ganz naiv das verringerte Spermidin verstärkt von außen zuführt. Das hat man auch gemacht. Zunächst bei alternden Hefezellen, bei denen genauso wie bei Menschen die Spermidinkonzentration im Rahmen der Alterung stark abnimmt. Und man konnte die Lebensdauer tatsächlich signifikant verlängern, sogar um den Faktor 4 im Vergleich zu den unbehandelten Zellen. Eine ähnliche Wirkung hat sich bei Fruchtfliegen gezeigt, deren normale Nahrung man mit Spermidin ergänzt hat. Die durchschnittliche Lebensdauer hat sich signifikant erhöht. Die Fliegen haben nämlich um bis zu 30% länger gelebt. Bei Fadenwürmer, die ebenfalls Spermidin über die Nahrung bekommen haben, hat sich die Lebensdauer um bis zu 15% erhöht. Bei allen untersuchenden Organismen hat man übrigens einen tatsächlichen Anstieg der intrazellulären Spermidinkonzentration durch die Zufuhr von außen festgestellt. Das bedeutet, dass die Organismen ihre körpereigene Spermidinproduktion nicht entsprechend runtergefahren haben. Im nächsten Schritt hat man die Wirkung von Spermidin auf menschliche Immunzellen ex vivo untersucht. Man hat geschaut, wie lange Zellkulturen, die man mit Spermidin versetzt hat, im Vergleich zu unbehandelten Zellkulturen überleben. Dabei haben nach 12 Tagen in der Spermidinkultur bis zu dreimal so viele Zellen überlebt, wie in der unbehandelten Kultur. Da oxidativer Stress in der Diskussion steht, entscheidend zum Fortschreiten von Alterungsprozessen beizutragen, hat man die Auswirkungen von Spermidin auch auf den oxidativen Status von Modellorganismen, nämlich von Mäusen, untersucht. Man hätte den Mäusen über ihr Trinkwasser für ganze 200 Tage Spermidin verabreicht. Durch die Spermidinzufuhr hat sich die Konzentration von sogenannten freien Thiolgruppen im Blutserum der Mäuse um ganze 30% erhöht. Thiole reagieren mit freien Radikalen und können daher als Radikalfänger angesehen werden. Ihre Konzentration ist ein Maß für den antioxidativen Status des Organismus. Hohe Thiolspiegel zeigen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber oxidativen Stress an. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, hat sich Spermidin als potenter Auslöser für die Autophagie, unser zelluläres Recyclingprogramm, herausgestellt. So hat man bei den untersuchten Organismen festgestellt, dass die lebensverlängernde Wirkung von Spermidin mit einer Aktivierung der Autophagie assoziiert war. Bei den Hefezellen, den Fruchtfliegen, den Fadenwürmern und menschlichen Zellen. Es war aber noch nicht klar, ob die Autophagieinduktion nur eine Begleiterscheinung oder sogar entscheidend für die lebensverlängernde Wirkung war. Deshalb hat man bei den Organismen entscheidende Autophagie-Gene entfernt, sodass eine Autophagieinduktion nicht mehr möglich war und erneut Spermidin verabreicht. Die lebensverlängernde Wirkung wurde dadurch in allen Organismen nahezu vollständig aufgehoben, sowohl bei den Hefezellen, als auch bei den Fruchtfliegen und den Fadenwürmern. Damit war bewiesen, dass die Autophagie entscheidend für die lebensverlängernde Wirkung von Spermidin ist. Zusammenfassend bis hierhin kann man also sagen, dass die Zufuhr von Spermidin über die Nahrung in verschiedenen Modellorganismen sowie in der Zellkultur Autophagie abhängig zu einer deutlichen Lebensverlängerung führt. Nun hat aber auch erstmals eine prospektive Langzeitstudie eine lebensverlängernde Wirkung von Spermidin auf den Menschen nachgewiesen. Man hat über einen Zeitraum von 20 Jahren die Ernährungsgewohnheiten der 829 Teilnehmer erfasst und dabei untersucht, inwieweit die über die Nahrung aufgenommene Menge an Spermidin mit der Lebensspanne korreliert. Man hat die Studienteilnehmer anhand ihrer kaloriengewichteten Spermidinaufnahme klassiert und dann geschaut, wie viele Todesfälle es im Beobachtungszeitraum in der jeweiligen Gruppe gab. Die Analysen hat man an Faktoren wie das Alter, das Geschlecht und das Kalorienverhältnis angepasst. Das Kalorienverhältnis setzt die Kalorienaufnahme der Probanden ins Verhältnis zu ihrem Energieverbrauch, sodass sich darin ein Kalorienüberschuss bzw. eine Kalorienrestriktion widerspiegelt und man eventuell positive Effekte einer Kalorienrestriktion herausrechnen kann. Natürlich hat man dabei nicht nur die Todesfälle gezählt, sondern genaue Informationen zum Datum, den Ursachen und Umständen des Todes gesammelt, anhand von Sterbeurkunden und medizinischen Unterlagen, um zum Beispiel tödliche Unfälle herausrechnen zu können. Dabei ist man zu den folgenden Ergebnissen gekommen. Die Gesamttodesrate lag bei der Gruppe mit der geringsten Spermidinaufnahme bei 40,5 Todesfällen pro 1000 Personenjahr. In der Gruppe mit der höchsten Spermidinaufnahme gab es nur 15,1 Todesfälle pro 1000 Personenjahr. Das entspricht einer Alters-, Geschlechts- und Kalorienaufnahme bereinigten, kumulativen Todesincidenz, also einer Gesamtrate an Todesfällen über die 20 Jahre von 0,48 bei der Gruppe mit der geringsten Spermidinaufnahme zu 0,38 bei der Gruppe mit der höchsten Spermidinaufnahme. Man konnte außerdem feststellen, dass die Verringerung des Mortalitätsrisikos der Teilnehmer im unteren Drittel der Spermidinaufnahme gegenüber den Teilnehmern im oberen Drittel der Spermidinaufnahme dem Effekt eines Altersunterschiedes von 5,7 Jahren entsprach. Das Ergebnis wird besonders interessant, wenn man sich vor Augen führt, dass der Unterschied in der Spermidinaufnahme zwischen beiden Gruppen nur bei ungefähr 20 Mikromol pro Tag lag. Bei einer Molmasse für Spermidin von 145,25 Gramm pro Mol entspricht es einer Menge von ca. 3 Milligramm Spermidin pro Tag. Bedeutet also einfach gesagt, dass die zusätzliche Aufnahme von nur 3 Milligramm Spermidin pro Tag mit einem Überlebensvorteil von ungefähr 5 Jahren assoziiert war. Somit konnte die bereits bekannte lebensverlängernde Wirkung von Spermidin bestätigt werden. Den finalen Beweis für die Wirkung von Spermidin auf den Menschen stellt die Studie trotzdem nicht dar, weil sie nicht so aussagekräftig ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Denn die Studie konnte nicht zeigen, ob die geringere Sterblichkeit tatsächlich auf Spermidin zurückzuführen war. Schließlich enthalten die spermidinreichen Lebensmittel, die die Teilnehmer am häufigsten verzehrt haben, wie z.B. Äpfel, Sprossen und Kartoffeln, auch andere gesundheitsfördernde Bestandteile, die für die Wirkung gesorgt haben können. In einem idealen Szenario hätte man meiner Meinung nach zwei zufällige Gruppen mit einer großen Zahl an Testpersonen, von denen die eine Gruppe isolierte Spermidin in Kapsel oder Tablettenform einnimmt und die andere Gruppe Placebokapseln ohne Wirkstoff bekommt. Denn wenn man dann nach vielen Jahren feststellt, dass die Personen aus der Spermidin-Gruppe deutlich länger leben als die Kontrollgruppe, wäre das Spermidin die plausible Erklärung und nicht eine generell gesündere Ernährung. Denn durch die zufällige Zuteilung und die hohe Teilnehmerzahl wäre es unwahrscheinlich, dass sich die Gruppen in anderen Merkmalen unterscheiden. So eine Studie wurde in der Praxis aber noch nicht durchgeführt. Insofern besteht meiner Meinung nach auch noch einiges an Forschungsbedarf. Welche Schlüsse du für dich daraus ziehst, bleibt natürlich dir überlassen. Ich persönlich finde die bereits vorliegenden Ergebnisse zu Spermidin schon sehr vielversprechend. Und vor dem Hintergrund, dass Spermidin sowieso in jeder unserer Zellen sowie einer Vielzahl von natürlichen Lebensmitteln vorkommt, gleichzeitig aber von unserem Körper im Alter immer weniger gebildet wird, finde ich es sinnvoll, gezielt spermidinreiche Lebensmittel zu konsumieren. Dazu kommt, dass die meisten Lebensmittel, die viel Spermidin enthalten, sowieso als gesund gelten. Deshalb möchte ich dir die Lebensmittel mit dem höchsten Spermidin-Gehalt einmal vorstellen. Dafür ist erstmal wichtig zu wissen, dass beim Menschen eine signifikante Erhöhung der Spermidin-Blutkonzentration über einen längeren Zeitraum durch eine spermidinreiche Ernährung beobachtet wurde. Das bedeutet, dass wir mit spermidinreichen Lebensmitteln auch langfristig einen höheren Wert erreichen können. Ich habe exemplarisch 5 spermidinreiche Lebensmittel für dich rausgesucht. Dazu zählt zum einen Brokkoli mit einem Spermidin-Gehalt von 309 Nanomol pro Gramm. Ebenfalls eine gute Wahl sind Erbsen mit sogar 449 Nanomol-Spermidin pro Gramm. Der Wert wird noch getoppt von Pilzen mit 651 Nanomol pro Gramm und von Sojabohnen mit 854 Nanomol pro Gramm. Unbestritten und mit großem Abstand auf Platz 1 befindet sich aber noch ein anderes Lebensmittel und zwar Weizenkeime mit einem Spermidin-Gehalt von enorm 2440 Nanomol pro Gramm. Bei den ganzen Zahlen stellt man sich natürlich die Frage, wie viel Spermidin wir pro Tag zu uns nehmen müssen, um eine Wirkung zu erzielen. Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil noch nicht viele Zahlen vorliegen. Wir können uns aber ein Stück weit an der Studie orientieren, die ich gerade vorgestellt habe. Da haben nämlich die Teilnehmer, die ihre Lebenserwartung erheblich steigern konnten, mindestens 80 Mikromol Spermidin pro Tag über die Ernährung zu sich genommen. Das entspricht einer täglichen Aufnahme von ungefähr 12 Milligramm. Nehmen wir dafür mal Weizenkeime als beste Spermidin-Quelle als Beispiel. Wenn wir den vorhin genannten Spermidin-Wert für Weizenkeime zugrunde legen, müssen wir gerade mal ungefähr 34 Gramm Weizenkeime pro Tag zu uns nehmen, um die 12 Milligramm aus der Studie zu erreichen. Das ist, denke ich, in der Praxis durchaus umsetzbar. Mit 2 bis 3 Esslöffeln hat man den Wert im Endeffekt schon erreicht. Dabei sind Weizenkeime, weil sie in getrockneter Form daherkommen, sehr einfach zu handhaben. Man kann sie einfach in das morgendliche Müsli, Smoothies oder Shakes geben. Sie sind außerdem sehr kostengünstig, weil sie eine Art Abfallprodukt bei der Mehlherstellung sind. Wenn du nach einem hochwertigen Produkt suchst, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Da findest du Weizenkeime direkt in einer Großpackung, ohne Zusätze und in Rohkostqualität. Gerade das ist ein Punkt, der nicht selbstverständlich ist, denn die meisten Weizenkeime, die man im Supermarkt findet, wurden erhitzt und haben dadurch leider schon einen Teil ihrer wertvollen Inhaltsstoffe verloren. Eigentlich benötigen wir sogar deutlich weniger als 2 bis 3 Esslöffel an Weizenkeime, weil wir über die Nahrung natürlich auch schon eine gewisse Menge an Spermidin aufnehmen. Mit 2 Esslöffeln an Weizenkeimen ist man also auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, du konntest heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn du mehr zur Autophagie, dem zellulären Recyclingprogramm unseres Körpers, das die Grundlage für die Wirkung von Spermidin bildet, erfahren möchtest, dann schau dir gerne die anderen Videos an, die ich zu dem Thema hochgeladen habe. Hier findest du die entsprechenden Playlist. Da erfährst du unter anderem, welche weiteren Methoden es gibt, um die Autophagie anzukurbeln. Und wenn du in Zukunft kein Video mit hilfreichen Gesundheitstipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch sehr gerne meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich bin mir sicher, dass du genauso davon profitieren wirst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.